Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge Karma, ich weiß nicht ob es die vierte oder die fünfte ist, aber ja herzlich Willkommen Pog. Poggy, best season bisher. Hast du ein Boot? Hast du ein Boot? Wait, such dir eines aus Luca, Lul. Lol, Lul, Luca. Oh, Fisch, Fisch. Hallo mein Freund. Das ist nicht meine Originalen. Das sind nicht meine Originalen. Ja, weh, du. Das ist ein Portal, du. Also wenn wir jetzt im Nater wären? Das klappt nicht. Oho. Was ist denn? Ne, ich... Wir müssen jetzt diese Traps machen hier. Also jetzt fahren wir nach... Nach Matthias, ne? Okay. Du hast da noch die sieben von vorne, oder? Ja, ich glaube nicht. Ich habe keine, ne? Und Luca ist down, hätte ich einen Glückwunsch. Äh, jetzt stirbt er an irgendeinem Mob. Wie, er ist down. Da vorne ist das Gelände drin. Das will ich nicht machen. Es ist das Gelände. Der Loch ist abgebaut. Ey, die Hunde mobben mich. Ich gehöre mich beim Abbauern. Der Loch ist abgebaut. Ey, die Hunde mobben mich. Ich gehöre mich beim Abbauern. Jo, Robin, jetzt gib dir nochmal was. Sonst kann er, ja... Ich brauche nicht. Ich kann ihm nur Goldsachen geben. Oder Goldbrauchen, mehr gesagt. Was ist mit Diamantblöcken? Ich hab 38 Wolle, weiße Wolle. Ja, farmt halt mal bisschen. Strengt euch an. Hattet ihr Hunde mobben mich immer weg? Ich muss dich einmal schlagen, dann finde ich die Hunde. Kannst du mir eine Steinspielsacke geben? Ähm... Muss ich craften? Lul, wenn Robin vorhin wirklich low war. Ich hab einmal aus Versehen die Hunde getroffen, dann steht Robin. Wow, der Bauch... Hat... Hat sich mal geschlagen. Jünger, Luca, was tust du eigentlich? Eine Spitzsacke. Ja. Steinspielsacke. Danke, Meister. Erstmal dir was finden. Ich werde dir helfen im Fall gegen den Erdschatz, Luca. Aber der gammelt doch eben, Nähter. True. Komm nicht raus. Naja, der Gast ist die Spawnflug. Hä, aber müsste ja im Nähter nicht auch langsam in die Ecke gedrängt werden? Lul, ich boste mal, dass hier ein Charged Creeper in der Cave ist. Wtf. Von wo ist der runtergekommen? Hey. Hast du ihn gerade? Nein, ich nicht. Hä, warum wird meine Aufnahme manchmal so zwischendurch beendet? I guess hello back. Hello again. Ich sag einfach, hello again. Ich sag einfach, hello again. Leute, wenn ihr den Namen von das für euch auch gut findet, kauft Minecraft Premium. Minecraft Premium Rate, droppst du 0. Ich, aber du droppst du 1 wegen der Session. Ich sende Luca Nudes von mir, wenn ihr Minecraft Premium kauft. Fuck, du es. Du schickst dir an Luca. Wenn du von Wonky sehen wollt, holt der Minecraft Premium. Wer ruft mich an? Ich? Ich. Ich. Oh boy. Oh boy. Äh, wenn nicht. Äh. Wenn nicht. Äh. Ja, ich glaub nächstes Mal mach ich. Also entweder ich mach nächstes Mal mit der Gambler. Oder ich mach mit dem Robin Strich durch Bubana und irgendwas mal da oben. Ey, wir müssen Pigstab neu anmachen. I mean, ich hab Legitzen Kill die gesamte Season gehabt. Natürlich. Actually F an Bubana. Die Leute, dass jetzt unsere Mission Pigstab finden. Oh ey, die hast du oben gelassen? Keine Ahnung, ich hab dir in irgendeine Höhle einfach abgestellt. Oh no. Äh, okay. Kann ich nicht sagen, aber wenn er außerhalb der Border ist, dann F, ne? Ich finde das. Ich ghoste mal, die Border ist 10 Blöcke von ihm entfernt. Ja, ich seh ich. Ja, sie ist exakt 10 Blöcke. Okay. Das ist nicht gelandet. Ich hab nicht. Ah, Hilfe. Ah, ich hab auch Club-Joh und Herzen. Ja, okay. Äh. Äh. Leute, ich dropp mal. Ja, du musst dich einbauen. LOL. Okay, hab ich geschafft. Ich dropp mal die Chords von der Jukebox, was da irgendwie juckt. LOL. Yo, die. Richtig krasses Pathfinder. Yo, sind die smart? Ne. Ich bin auf siebeneinhalb Herzen. Nur eine ganze Verfeindung von Dank Souls. Ich kenne mich ja noch an diesen einen Typ, der äh... Oh, god äh... Luka, es war so close. Du kannst dich doch hinsetzen lassen. Mann, Luca, du bist halt actually bad. Du kannst dich hinsetzen lassen. Warte, du hast deine Strat nicht geschafft, oder? Was hast du krass? Ja, du weißt auch nicht, wo die Torchi von daher geht nicht. Da ist ne DHS-Pack, Robin. Du hast glaube ich auch netherite Ingots. Da sind auch netherite Schuhe, für's du brauchst. Wir brauchen Pickstep. Und es gibt keinen XP-Stealer. Ich wollte Robin mit nem Respawn Anchor wegbomben. Ja, aber ein bisschen war schlecht. Aber der kam übelst schnell, Alter. Wärst du, hieß es du walkie talkie, hättest du's easy geschafft. Wärst du geil, würd ich dich auch heiraten. Ich hab Angst, dass du abzubauen und kommst auf der Hunde. War das denn, Luca, er lebt noch? Er lebt noch. Er lebt noch. Ich bau nichts mehr ab, bis die Hunde nicht mehr knallen. Die kämen nicht gleich. Wie ging dieses Kapiers? Lebt denn der alte Holzmichel noch? Äh... Ja genau, genau. Ich will nichts sagen, aber hinter dir reinbocken die nächste Border. Ah, hückt mich. Nein, er lässt ihn einfach sterben. Er lässt ihn einfach in der Border sterben. Die Hunde sind nicht mehr matt, glaub ich. Die hässchen, genau. Die Hunde sind nicht mehr matt, oder? Oder, oder, oder? Nee, der Deck hat noch. Die Border bewegt dich nicht, alles ist gut. Not gonna live, das ist der letzte Karma Season ever. Die hält schon die Beste ever. Nachdem, äh, nachdem alle gestorben sind, wurde's langweilig. Weil mittlerweile nur noch Fisch ist, dass er sich ohne Spitzhacke durch Stein baut. Luca, der im Nether stirbt. Ja, aber wir müssen mal anfangen alle zu töten. Ähm... Und, äh, ja, aber davor war's richtig funny. Doch, mit dem Team niemand von uns. Nee, zieh ich lange dran. Boah, lebt die Jukebox noch? Ich hab die Chords grad reingeschickt, kann das sein? Ja, echt? Ja, die Chords sind... Ey, wir haben eine Mission. Die Chords stehen da. Oh, die Border hat sich einen Weg weiter bewegt. Von der Jukebox. Nee, da sind der alte Holzweg. Oh, ich find den nicht. Oh, what the f... Der steht, die genauen Chords sind im Chat. Hä? Bisschen weiter oben. Warum knurrt der Hund immer noch? Achso. Wie lange knurrt der bitte? Hätt ich mich nicht mehr in dem Klochen... Ich geh nicht mehr nach oben bringen. Ist der immer noch mehr jetzt? LOL, Luca? Ja. Dann ist er jetzt friedlich, oder? LOL, die Jukebox krebt noch, ich schaff das. Also es sind noch 5 Blöcke zur Jukebox. Vorhin war eine Szene. Äh, Knurrenhunde immer. Robin, willst du dich umbringen? Äh, Knurrenhunde immer, oder? Äh, da ist ne Hexe. Da ist Luca. Leute, holt erstmal die Jukebox. Ich hab nächste Entscheidung. Achso. Ob ich immer noch lebe? So, Fisch ist jetzt der einzige, der noch lebt. Was wollt ihr jetzt noch machen? Robin, hol jetzt die Jukebox. Ja, hey, Gamble. Und bring ihn dann um. Gamble! Ja, hol aber zuerst die Jukebox, ich über dir nicht fliege. Wir wollen Gamble. Einmal Gamble machen. Ja, für wen willst du Gamble? Die Zeit wurde resettelt. Alles. Hey, Gamble, just... Und dann lass auf der Aufgabe sein. Vor allem, alle guten haben sich gefreut, Robin allein weil sie Zeit seines Lebens dann umzubringen. Aber auch nur weil Pain... Genau, deswegen. Deswegen haben wir verloren. Die Season ist nur langweilig bei 3 Diaböcke. Ja, ich hab da eh geschossen bekommen. Du musst dann fixen, dass ich nicht 3 Diaböcke wegbeite. LoL, das Pathfinding. Richard, by the way, danke fürs Holz. Äh, ne, Robin. Wir haben eine neue Spitzacke gemacht. Nehmen wir mal meine Eisenpicker mit Weg1. Äh... Ich will ja nichts sagen, aber... Ja. Greif ihn einfach an, bring ihn um. Ne, das ist mein... Wir sind ein Dreamteam. Ja, wir schaffen das nicht. Hey, du meintest by the way, ich werde dich backstabben. Nein, ich hab gemeint, im bösen Finale greifen wir dich an. Ich weiß nicht. Oder doch. Soll ich schauen, in welche Richtung ist das? Hey, wenn wir jetzt einen Baukasten bekommen und da... Hat der Unsinn. Können wir überhaupt noch ins End bei den Quads? Ne, ne? Wenn wir ein Baukasten... Also wenn wir ein Hammer bekommen? Da ist jeder mal, ne? Wenn wir ganz viel gemeinsam stehen und ein gutes Hammer bekommen, können wir es schaffen, oder? Sehen. Hey, wir schaffen das jetzt noch. Wir schaffen das jetzt noch. Boah, ich hab grad voll die Defense-Vibes von so vor so 6 Monaten. Wegen der Hexe oder was? Wegen Peerstep. Ach stimmt. So Leute. Okay, einmal Gamer, einmal Gamer. Du hast nie die Dias, oder? Äh, ich hab gar keine Dias. Einmal Gamer. Ich hab zwei Sticks Gold nur. Einmal Gamer, schaffen wir. Also es ist so eine Gameringsucht, ne? Aber du... Ja, Entschuldigung. Ich hab uns hier beigebracht. Wir brauchen nur neun Dias. Dann darf ich sterben. Boah, du hast dich straight in die Border rein, der Fisch. Ja juck, der ist mega langsam. Ey, das ist ein Moth-Barner. Ey, Fisch, probier dir das Strat. Ja. Ja, probier dir das Strat. Es gibt keinen einzigen Fluss, kann das sein. Die Map ist 50x50, also jetzt nichts. Es gibt sogar noch einen Fluss. Warte, ich kann dir die Chords von der Mitte von Flading sagen. Oder ist es die mit? Ja, ist es die Mitte. Können die gesamte Dings leergraben auf der Welt. Die gesamte Map. Ich hab zweieinhalb Herzen. Ich hab zweieinhalb Herzen. Ich hab zweieinhalb Herzen. Fisch, wenn die Dias-Strat funktioniert, dann ist bei, äh... Äh, sollten da in der Nähe Dias sein. Ich hab zweieinhalb Herzen. Ich kann nichts machen. Also wenn ich den nächste Rennen kann. Warte, wo sind die Chords? Ich kann Robin einmal checken. Das ist ja wegen Lava drin. Also... Wait, lol, ich bin grad da. Lol. War die Hexe bei dir? Lol, Robin, stirb! Nicht sterben, Meister. Ich werd auf ein halbes Herz runtergehen. Ja, die wirft mit Schadens-Potions, ne? Und da ist ein Skelett. Boah, hast du noch Gaps? Ne. Deine Chance, los, Fisch! Hä, ich will die manchmal mal... Ich werd niemand Mäister-Backstappen. Warum hast du nicht gewarscht? Bis er auf nem Halben ist. Hhm. Habe ich gelag-stappt, oder? Wolltest du ihn weg-stappen? Wolltest du mal so, ja. Ok, er hat gelag-stappt, hat gehen können. Warte, er ist respawned. Ich wollte schon fliehen, doi. Hä, ich wird niemand- Dinger-Stack-stappen. Also wenn er keine Gaps hat, dann, äh, ist es halt basically ein Hit, ne? Alter, bei uns regnet es schlimmer wie hier in Minecraft Fisch, wenn er sich mit Shield blocken sollte, denk an das, was ich dir beigebracht habe Renn durch den Durchschnitt von hinten, okay? Hey, ich bin niemals vom Meister Backstabber Wenn du ne Axt hast, klick ihn einfach zweimal, einfach doubleklicken, scheiß drauf, du machst immer genug Damage, glaube ich Hoffe ich Warum soll ich meinen Meister Backstabben? Einer, weil du dann gewinnst Ich habe am wenigsten Oder flüchte in den Nether, das Portal steht noch im Boden Oje, ich bleibe gleich an dem Zombie, glaube ich Bevor das passiert Warum bist du überhaupt dort? Geh mal wieder hoch Hä, was ist denn das für ein Rekordfilm, wenn wir zu mir gewesen sind, weil er es gerade vorhin reingestartet hat, oder wie? Hast du nicht mitbekommen, dass die Zeit resettet wurde, oder warst du da, in der AFK? Ne, ne, das habe ich schon mitbekommen Ich will dich halt, F, dass ich dich aus Versehen gehittet habe, ne? Pock Hey, ich habe in den Check geschaut und habe die Nachricht miteinander verwechselt, wo dann zuerst kommt Du darfst den Kampf nicht verlassen und ich habe mir in dem Moment gedacht, es kam die Benachrichtigung Ich darf den Wiesbaden wieder verlassen. Was? 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 Kann es sein? Ey, du hast das böse Finale gewonnen, oder warum Herrscher? Ja, natürlich, das lässt du dir überleben, ne? Wait, du hast einen Wiesbaden. Jungen Luca, what? Alte Kinder, gern belohnt es. Also, Slashgift. Das ist die Moral. Ich hätte ihn nicht gebankst, als hätte er mich gedacht. Drop it. Mach noch deinen gleich Klauseln. Das wäre gekommen für Robin. Hab ich nicht gehört. Na guter Ende machen. Portalbaukosten. So, wie viel Stuff. Äh, gib mal einen Klauseln, damit noch Suicide... Ja, go. Aber Leute, wenn es euch gefallen hat, alles gerne positiv bewerten. Wenn ihr so mitmachen wollt, schaut euch in die Videobeschreibung. Und wir sehen uns in der nächsten Episode. Bis dann. Tschuuu. Tschüss. Tschüss. Hoho. Huo. Ciao. Vielen Dank.